Hi und herzlich willkommen bei einem Episode von Eins Drachen Spinafijet. Und heute, wir gehen in Eins dunkles dunkles Höhle, erforschen dunkles dunkle Sachen, was eins unbekannt. Und wenn euch gefallen, das Episode, ihr müssen geben Eins Drache nach oben, ins Kommentar schreiben Eins Drache nach oben und schreiben Eins Drache nach oben und dann zeigen wir die Episode mit Eins Drache nach oben. Ich der Drache oben, wird er dich loben. Ja. Okay, viel Spaß, meine Folge. Pass auf, hinter dir ist ein Sprayny. Ja, scheißegal, die interessiert uns nicht, wir laufen einfach durch wie beim letzten Mal. Ich guck mal, nie benutzen wir es nicht. Richtig gut. Also scheiß auf dieses Kack-Esekt-Spray, ne? Mein Schwert ist immer noch am allerbesten dagegen. Also mir tut, ihr wisst, von denen tut mir jetzt viel weniger weh, muss ich sagen. Zinus möchte sterben, habe ich spürt. Ja, du machst das doch nicht immer, gerade wenn wir da drinnen sind, dann darfst du es nicht mehr machen. Ja, 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 da, 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 ja. Поэтому benutzt jemand einfach spürt. Dann benutzt jemand einen Spray. Mir, mir Masi hat schon gesagt, als auch mal passiert. Ich hab gar keinen Spray, ihr habt mir keins gegeben, die Idyoten. Ihr habt eins zu wenig gekauft. Aua! íveis bezahlt und das sind alle beim letzten Mal. finished. So. und 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 und, machen wir jetzt. Ja dann klickt uns schon mal das als ein Treppel. Da ist, da unten ist Wasser. Da ist, da unten ist Wasser. Ja 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 ja. Wo geht das Dach hier lang? Ich will den Glock machen mal. Oh Backeaaah! Erli? Lebst du da? Ja. Okay, okay. Das wollte ich gar nicht. Oh Gott, ah! Puh, das war ganz gekleppt. Oh, wir sind ja noch nicht mal ganz unten. Das wollte ich gar nicht. Oh, das tat ganz schön weh. Er passt aus. Für sowas habe ich meine Spezialschuhe. Hier, zieh los. Bist du blind? Ja. Ich glaube, wir hätten ihm echt die Brille mitnehmen sollen. Das geht wieder besser. Oh Gott. Guck mal, da runter. Oh Mann. Oh Gott. Nein, du gehst vor. Oh Gott. Los, Aldi. Du schaffst es. Ich hab keinen scheißen Sackenspray. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche eure Hilfe. Komm, ich hab den Sackenspray. Ich komm schon. Warte. Ich hab's abgemacht. Das hilft, das hilft. Ja, komm, ich sprühe sie, ich sprühe sie. Ja, nice. Oh, hier bei mir noch eine. Ja, sehr gut, danke, danke. Sehr gut, kein Problem. Oh mein Gott. Da sind noch welche. Okay, ab geht zu dem Fray. Okay, Agne. Oh, sie dreht sich im Kreis. Sie wird zum Spinne-Spray-Spinner. Oh Gott, komm, mach weiter. Okay, ich muss irgendwas essen. So. Wir geben denen sogenanntes Nussköpfe. Nussköpfe? Nussköpfe? Du meinst nur Kopfnüsse. So. Was? Nicht Nussköpfe, Kopfnüsse. Okay, geht schon mal nicht lang. Komm, komm, komm. Oha, wie das ist. Guck mal, wie das aussieht hier. Ganz schön. Ein Fliegedrachi. Tschüss, Drachi. Unglaublich schön, ne? Okay, aber wo ist jetzt? Es muss ja irgendwie so eine Art Spinnenkönigin geben oder was? Ja, Königin, ne? So der Baba. Der Spinnenkönig. Vielleicht fällt ihr in ihrem Baba-Wagen weg. Weiß ich nicht. Was? Als Königin haben sie einen Wagen? Weiß ich nicht. Ne Kutsche. In der Baba-Kutsche. Oh, da drüben, Leute, da drüben, da drüben, da drüben. Was, was, was? In der Richtung. Hier, 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 hier. Rechts. Oh, da ist auch noch ne fälle Stimme. Ja, da sind echt, da sind echt noch ne paar große. Du, die danke. Hier sind wir aber durch. Oh Gott, sie hab ich gesehen, sie hab ich gesehen, sie hab ich gesehen, sie hab ich gesehen, sie hab ich gesehen. Das ist Insektenspray. Ja, wo ist es denn? Komm, komm, komm. Oh, ist das... Nee! Leute, ich hab ein Problem, ich hab ganz knappes Problem. Pschsch. Oh Gott, hier sind so viele. Lass zurück, rück, zuck, rück, zuck, rück, zuck. Zurück, zuck. Leute. Ich bin hinter dir abgeschossen. Dort sind noch weitere, guck mal. Okay, lass uns... So. Ja, die guckt uns direkt an. Okay, die haben wahrscheinlich schlechte Augen. Aua. Ja, lass drauf gehen, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Traum da! Ja, da, 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 da. Warte. So, der ist auch mit den Second Spray eingespült eigentlich. Ah, gut, direkt gemerkt. Ja, sehr gut. Ah, was entgegen das? Okay, warte, ich komme mit den Second Spray, Oli. Ich brauche hin, Oli. Ja, helfen wir! Ach, so, jetzt konnte ich. Die Säcke sprayed, hab ich die. Oh, schon kaputt. Oh, oh. Oh, der Starandula. Der hat mich entdeckt, der hat mich entdeckt. Okay, drauf. Yo, 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 yo. Drauf. Das, das ist... Sie brennt. Ein Second Spray. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du bist zu groß, du Blödsinn. Oh. Was ist das für so schön? Die Kleinen, mach's auf! Die Kleinen auch! Die Kleinen sind auch hier. Der Boss hat Eddies. Nein! Dieses komische, dieses komische Monster führen das große Monster Tragons und haben's böses Magie von Gaia-Inseln. Was? Das ist so ein Vieh Gaias? Ich? Nein! Wahrscheinlich so ein Vieh, genauso wie wir in der Stadt hatten. Oh, Gott. In der Stadt, die wir befreit haben von Gaia, da war auch so ein riesengroßes Monster. Nicht, dass es mehrere von diesen Monstern auf der Welt gibt. Ich hoffe nicht. Das ist ein Feind. Zöte die Spille. Totet sie. Ja, schmet sie auf. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ich komme mit Insektikspray. Hier ist auch noch eine. Ihr habt mächtiges Schwerter und mächtiges Kämpfer. So. Ja. Oh, Leute. War das die Mutterspinne? Oder denkt ihr schon, oder? Wahrscheinlich. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die größte Spinne hier. Dann gibt es keine. Dann kann es auf jeden Fall keine neuen mehr geben, oder? Nee. Wenn man die doch tötet, dann ist es fertig mit neuen. Wenn das die Spinnenkönigin war, dann haben wir jetzt... Haben wir den Kampf gewonnen, Leute. Ja, wir haben gewonnen. Oh. Da werden sie nach und sicher freuen. Die Karten können sicherlich sagen Danke zu uns. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind das Spaßpilze? Nein, das sind normale Pilze. Das sind hoffentlich keine Spaßpilze. Nein, das machen wir nicht normal. Na ja, kriegen wir noch so einen zweiten Verrückten aufgedrehten. Hm. Ein Schwarko. Weiß jemand von euch, wo es wieder rausgeht? Äh, natürlich. Leute, folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Folgt mir. Hier hinten. Da lang. Okay. Boah, hier findet man sich echt. Aber wir haben hier alles... Oh, wir haben hier alles geschafft. Das Ding. Das Nest, das war das Nest von den Spinnen, ne? Hm. Das Spinnennest zerstört. Das war auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Wollen wir schon was Problematik sein? Was denn? Ihr meins Leben. Ihr müssen's laufen. Nö. Ich flieg da draußen. Folgt ihr. Folgt ihr, Leute. Ja, ich folg ihr. RAKONS. Nummer eins. RAKONS. Ich komme auch. Zwei. Ich flieg einmal durch diese Höhle hier durch. Ich gucke sie mir einmal ganz kurz an. Ich flieg auch hoch. RAKONS Nummer drei. Hallo, Drachdi. Hallo. Uiuiuiui. Ich flieg einfach hoch. Ich will hier nicht weg. Wir gehen hier raus. Das ist ja groß ist, RAKONS. So, RAKONS. Du schaffst es. Irgendwann ich auch großer Draht. RAKONS. Nur noch ein bisschen, Drachoran. Ja, noch ein paar Jahre. Wir haben's geschafft. Okay. Ich muss landen. Drachoran geht's nicht gut. Okay, Drachoran. Hier, landen. Zah. Hä? Ich springe auf dieses grüne Skett, Junge. Und, was passiert? Ja, ich springe. Drachir, wo bist du? Ah, da. Wo ist Papa? Ich bin hier. Hallo, Drachir. Wo bist du, Drachir? Das ist Schlangenschleim. Äh, Schlangenschleim. Binnenschleim. Ja. Drachir, wo bist du? Ich darf springen herum. Da, la, la, la. Hallo. Oh, ich hab ne lustige Idee, Leute. Wollen wir auf dem grünen Schleim runterspringen? Was? Das ist doch, also, sonst müssten wir den ganzen Weg runtergehen. Das ist ja doch ein bisschen langweilig, oder? Ja. Gibt's ja irgendwo ne schöne Stelle? Ich glaub hier, oder? Ja, das hier ist eins festisch. Schaut an, da wo ich seins. Oh, hier ist er aber auch gut. Ja, hier sieht gut aus. Da hat sie das recht. Komm, Torbagger. Oh Gott. Und runter geht's. Runter. Hier vorne geht's, Alter. Hier vorne geht's, Alter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich stehe hinterher. Oh. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, Leute. Oh, 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 oh. Jetzt wir. Oh, oh. Oh, das hat weh. Pass auf, pass auf. Das ist super gefährlich. Vorsicht. Manche von den Teilen sind nicht ganz geil. Oh, oh, oh. Und ins Baden. Ich will's nochmal machen. Oh, Leute, ihr geht nicht baden. Vorsicht, ihr darf nicht baden. Das ist ein gemütlich baden. Leute, ich stecke im Schwinnweg fest. Boah, ich helfe mir. Danke, Drachi. Okay, okay. Aber ich komme da nicht rüber, wo Sinus ist. Dafür bin ich zu alt. Okay. Ich starte nicht hier. Leute, ich nehme den Halbweg nochmal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh! 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 Okay, Leute, wollen wir zu uns den Drachen und ihm positive Nachrichten überbringen? Aber wir sollten uns nicht mehr überfliegen. Okay, ja. Okay, ja. Lass du fliegen. Drachin, weißt du noch die Richtung? Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ja, diese Richtung. Drachin, folgen mir! Ja, und wenn ihr euch gefallen haben, das Episode mit dieses Kämpfen gegen böse, böses Spinnis, dann ihr müssten gebt meines Daumens nach oben und schreiben in das Kommentar, warum das YouTuber das Beste sein, warum wir überhaupt kennen, warum Zinusius das Beste, warum Clemens das Beste und warum Ellis Boys das Beste. Weil für mich sie sind Beste, weil sie sind meins Familie. Ja! Das war so süß! Das war so süß! Das war so süß! Aber Ali, nicht mein! Nicht mein! Okay Leute, bis zum nächsten Mal wieder! Tschüss! Tschüss!